Der große Vorteil für die Therapieeinrichtung ist der, dass ganz spezifische Trainingsmaßnahmen oder Therapiemaßnahmen in der Einrichtung selber durchgeführt werden können. Zum Beispiel im Bereich der arbeitsplatzspezifischen Rehabilitation können wir Arbeitsabläufe nachmachen, ohne dass wir dafür die Einrichtung verlassen müssen, große Transporte vor uns haben, um in irgendwelche Einrichtungen zu fahren, in denen wir dann ganz gezielt trainieren können. Das heißt, wir können in der Vorbereitungsphase, in der Reha-Phase an dem Gerät alles simulieren, ohne die Einrichtung zu verlassen und brauchen erst später für eine Arbeitsplatzerprobung dann tatsächlich die echten Geräte. Für die Therapeuten bietet sich die Möglichkeit, die Behandlung, die sie mit ihren Methoden durchführen, mit unbegrenzten Möglichkeiten durch dieses Gerät zu erweitern.